hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von assassin's creed syndicate und ich habe in der zeit wo ich nicht aufgenommen habe ein bisschen was getan ich habe hier jede menge truen eingesammelt also die waren vorher mal hier voll so in etwa ja ja alles leer und hier unten auch hier habe ich auch fast alles andere eingesammelt und ein paar andere sachen da gemacht ich habe allerdings keine bezirke noch ganz übernommen das wollte ich mit euch zusammen wir sind im zug und bringen da einmal drüber und gucken was hier vorne gibt eine kiste macht wie wir hat eine spurt ja machen jetzt mal nicht aber auch ein bisschen bisschen was in die fähigkeiten investiert ein bisschen und na und auch ein paar bessere waffen und so weiter genommen ich habe mich auch im schluss waffen genau habe ich aus der kiste bekommen schöneren umhang habe ich bekommen habe mich auch entschlossen nicht mehr die elise montur anzuziehen obwohl ich die sehr gerne mochte ich spiele mit der normalen evi weiter weil ja auch mehr jetzt den prozent mehr schaden bringt und natürlich in schwarz und nicht in blau würde ich sagen mal gestern abend mit der gang einen trinken es gab stress mit templern und sie töteten einen aber zu betrunken um zu fliehen jetzt wollen die constables ihm den mord anhängen gut ich würde sagen ich muss dann jemanden befreien äh 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 da na äh so Der ist... Was? Wo ist der? Ach. Ne, hier ist er auch nicht. Gut, ich würde sagen, ich muss mal ein bisschen laufen. Ach. So. So ein paar tausend Meter in die andere Richtung. Ach, da ist der. Ja, ähm. Habe ich dir in der Gegend eine Schnellreise? Ich meine, ich müsste dir einen freigestellt haben. Kann gar nicht. Ich soll jetzt nicht deren Ernst nicht da diese 1500 Meter hinlaufen. Naja, egal. Ich soll mir jetzt eine Kutsche fahr ich eine Runde dahin. Ich habe jetzt auch ein bisschen an den Einstellungen herumgespielt. Habe jetzt hier schönere Schatten reingebaut. Auch wenn es nicht so aussieht. Und, äh, gleichzeitig habe ich, äh, die Qualität insgesamt etwas runtergeschraubt. Also, ähm, jetzt nicht viel. Ähm, sieht man hauptsächlich irgendwie so an der Straße, desto weniger straf sind. Aber das waren sich vorhin vorher. Und das hat mich auch schon vorher wirklich aufgelegt. Qualität, ähm, naja, egal. Ähm, ich habe mich auch entschieden, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Und, äh, da wäre die Qualität dann nicht mehr von meiner Hardware abgrenzt, sondern nur noch die. Das ist so mein Video. Da habe ich nicht rechtzeitig auf die Straße geguckt, sondern gerade auf meine Hardwareauslastung. Was sieht aus? Meine Hardwareauslastung sieht gut aus. Also, habe ich damit keine Probleme. Ich muss nur Hey! Ein bisschen lauf. Möglich das mit der mit der etwas schneller. Uh! Die hat aber auch, ähm, schneller! Die hat auch ein bisschen Gewicht, ne? Also, die ist auch eine gewisse Schwere, Rinne, wenn die mal hinterwege ist. Ich finde das immer noch irritierend, dass man hier, äh, rechts, dass man hier, äh, links fahren muss. schon! Ja, aber es ist ja... Na los! Ganz genau! Hm, alles schön. hier bin ich jetzt im Gebiet, wo ich noch nichts gemacht habe, aber ja... während der Untersuchung kein Polizist das wird nicht gut für dich ausgehen. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspare uns allen den Ärger. Ich hab nichts getan. So wahr mir Gott helfe! Miss Evie, wir haben so viel getrunken und jetzt sagen die, ich sei ein Mörder. Och, Nigel. Ich hatte ein paar zu viel und hab mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's mal! Hopp, hopp, hopp! Zieh die Bremse an! Gut. Warnung, während der Untersuchung keine Polizisten töten. Ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das sind ja schon ein paar Polizisten. Das Ding muss ich da unten zerstören. Ähm. Der Chief Inspector muss jeden Moment hier sein. Hm. Was ist denn hier los? Du darfst nicht hier sein! Ja, ja. Bin ja auch schon wieder weg. Du darfst mir davonlaufen! Hier ist schon alles gut. Tschüss! Das Ding jetzt nicht zerstört? War ich dafür zu langsam? War ich dafür wirklich zu langsam? Ich wäre dafür wirklich zu langsam. Hm. Ah. Kann ich natürlich machen. Ähm. Ja. Und jetzt? Und jetzt? So, jetzt bin ich fertig. Und ich kann wieder abhauen. Ohne, dass die mich gesehen haben. Aber das Problem ist... Das Problem ist jetzt nur, ich habe nur zwei von diesen scheiß Teilen. Ohne, ich kann jetzt drei Beweise zerstören. Ja, das müsste ich doch eigentlich hinbekommen. Scheiße. Ohne, ich dachte, ich hätte die nur niedergeschoben. Ja. Kann man irgendwie... Das Ding... Naja. Passiert mal. Zumindest haben sie beim ersten schon geschehen. So. Ja, und... Nein. Keiner. Hier ist etwas. Äh, nein. Doch nichts. Was macht die Frau denn da? Einen. Das willst du nicht. Du kannst hier nicht weglaufen. Ja, ich bin nicht im Schleich. Du kannst dich voll ergeben. Oh, das ist... Das ist... Hm. Na, Toterholung. Die haben... Die haben... Das müsste ich doch eigentlich weggelockt haben, oder? Und dann noch immer... Ja, wir müssten eigentlich keine mehr hier sein. Na, einmal... Kiste. Hier ist der Tasten. Hier ist der Tasten. Hier ist der Tasten. Gut. Gut. Dann können wir jetzt zum nächsten. Okay. Okay. Hm. Halten, 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 halten Und raus hier Mist, muss ich noch was machen? Ich brauche hier mal Hilfe, ich bin sicher zu Wort Halten Sie! Das ist jetzt natürlich schlecht Scheiße Weg hier Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Das kann doch nicht Das kann doch nicht deren Ernst sein Ja Was ist das? Oh, hey Gee So, da sind wir wieder Nochmal So Gleich Nein! So, ich kann Da kann ich nicht weg Das ist doch jetzt nicht deren Ernst Jetzt genau Ach, da sind ja noch ein paar andere Ach Kommt mal alle mit Nein Ich möchte das hier mit Wie soll ich denn Den Stück wieder raus holen Halte die Passanten fern von dem Blut So Und Tragen Einfach mal schnell Hier Hier um die Ecke lauften Hier um die Ecke lauften Hier Ist das jetzt deren Wie komme ich denn mit diesem Scheiß Mit dieser Scheißleiche da raus Ohne Leute zu töten Kann ich Nee Ich hab keine Waffe Ich hab nichts Ich kann halt hier runter So, jetzt Na 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 Mit dem Polizeichef gehen Gut, gut Das können wir jetzt auch noch machen Dann haben wir das Zumindest gestartet Nach 20 Minuten Das war eine Scheiße So Beweise her Die Sprechen Haben Sie eigentlich irgendwelche Beweise? Was also Ähm Äh Sergeant Ich glaube, Sie brauchen mindestens eine Leiche Wir können Nichts finden, Inspektor Sie haben es wieder versaut, Sergeant Das Grenzen ist gut Wie kann ich Leute niederschlagen? Würde ich jetzt gerne wissen Muss ich dafür ähm Hier meine Schubst er mich direkt? Natürlich Okay Ähm Wo ist der Zug? Zug Schnellreise Und während dieser Schnellreise würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Hau rein Bye